Hallo ihr Lieben, ich grüße euch hier zu meinem neuen Video und zwar zu einem Live-Roll von Action. Schön, dass du eingeschaltet hast und wünsche viel Spaß bei dem Video. Was haben wir hier? Eine Geschenkebox für 7910 Tester oder was? Aber das ist keine Geschenkebox, das ist Schmink-Kosmetik-Koffer ist das, 895 Euro. Ist das das? Ja, da drin ist so Kosmetik, siehst du. Geschenkebox ist das wahrscheinlich. Und das ist, was ist das? Das ist zum Dings. Das ist auch cool, den Einkaufswagen für 5 Euro, 12 Teile. Was ist das? Schmink, äh, Ketten. Ja. Silber Koffein. Silber nicht. Guck mal hier. So schön. In rot. Guck mal wie schön. Guck mal hier. 94 Cent. Mhm. Wow, guck mal. 75 Cent. Das da, voll schön zum Basteln. Ja. Mega. Ich hab ja sowieso so Holzpeile. So Düschen. Drei Stück. 75 Cent. Guck mal, das wollte ich haben. Hier. Der macht sehr klein, voll. Das will ich. Früchte. Ich will das sein. Ja. Boah. Das ist ja so cool. Reiskocher. Das ist auch Kaffeemühle. Und das ist Milchschäumer ist das. Guck mal, das ist separate Milchschäumer. 20 Euro. So. Was ist das? Ah, Duftlampe geschenkt mit, äh, 2 x 6 Wachs Kohl. Das ist schön sowas. So ein Bilderrahmen. 249. Kissen. Ich nehme sehr gerne die. Perzil. Ähm. 60 Wäsche. 9,99 Euro. Nehme ich mir auch direkt mit. Ja, so ein Parfüm für, aber ich weiß nicht, ich mag sowas nicht. Ich nehm da lieber, ich jetzt auch ein Parfüm für, aber ich weiß nicht, ich mag sowas nicht. Antistetik-Spray, Bügelhilfe, alles mögliche. Bügelhilfe, da gibt es auf diesem Teil so ein bisschen Wasserspritze. Ja, ich weiß. Dann geht das. Aber so ein schönes Nerv für Jungs. Spielzeug, Spielzeug, Traktor, Flugzeuge, Autos, alles mögliche. Barbies, Rosenpuppenbett, 7,95 Euro. Wie süß. Hast du gesehen, Leonie? Puppenbett? 7,95 Euro. Geil. Von Kuln. Schminkspiegel, Tisch, 6,95 Euro. Ich finde diesen Pony hier voll süß. Was ist da so ein Koffer? 7,95 Euro. Cool. An Weihnachten ist nichts mehr viel da. Es sind nur Kleinigkeiten. Kleinigkeiten. Es sind nur Kleinigkeiten. Alles ist ausverkauft. Mützchen, 99 Cent. Zweifel. Masken. Das ist richtig gut. Das ist gut. Das haben wir ja. Das weiß ich. Avocado. Was ist das Schminke? Was ist das? Also Make-up. Schwarm-Dings, ne? Sauber machen. Und hier sind die Kerzen schön. Zwar, ich habe mir jetzt gedacht, die hier. Aber das ist, reicht mir irgendwas nicht aus. Dann haben wir hier so eine. Für 2,99 Euro. Aber das ist mir so ein Engelchen. So ein Engelchen ist auch schön, aber... Da muss ich woanders noch gucken. Oh, ich darf nicht sein. Ich könnte gerade so viele Duftkerzen kaufen. Ja, Kerzen sind hier wunderschön. Aber ich muss mir erstmal mein Zimmer machen. Die war auch gut. Die ist aber schnell leer, wir sagen bei uns. Ja. Hm. Die riesigen hier, ne? Die sind hier echt der Hammer. Ich habe die in meinem Zimmer. Aber wir brauchen für Kamin eins. Ja, so eins. So eins. Aber muss gut riechen. Muss gut riechen, so eins, wenn... Riecht es gut? Warte. Was ist das hier? Keramik, äh... Abheizung. So eine. Oh, oh. Hier muss ich mir unten rein stellen. So eine für 18,90 Euro. Ja. So eine. Oha. Oha. So, was haben wir hier? Granberry. Lemon Cake. Reisbar. Okay. Honig. Hier für uns Kirschkohle, ja. Kirschkohle. Ich weiß kaum, ich muss es machen. Ich weiß kaum, ich muss es machen. Ähm... Brauchen wir hiervon zum Backen irgendwas? Oder nicht? Oder doch? Oder doch? Hm? Hm? Zum Trinken hast du genommen. Ja. Tierskohle. So, dann würde ich mal sagen... Das ist richtig cool hier. 650 Gramm, 849. Hier ist schon alles ausverkauft. Pralinen. Unser... Einkauf. So, sind wir am Ende des Videos. Ich bin hier. Nass. Es regnet wie verrückt. Also, das ganze Schnee ist jetzt... Es hat gestern erst geschneit. Es hat, ja. Es hat gestern geschneit. Es war nur so viel in den ersten Advent. Kurz Schnee. Zum ersten Advent. Genau. Das war so eine Überraschung. Und jetzt... Bam! Aus. Nur am... Regnen. Naja. Ähm... Ich hoffe, das Video hat euch dennoch gefallen. Ich konnte jetzt nicht ganz viel mitfilmen. Es war sehr sehr voll. Wir haben schon spät. Wir haben schon... Irgendwann bei 18 Uhr. Irgendwas ist ja auch dunkel. Ähm... Ja, ähm... Aber wir haben schon 18 Uhr oder so, ne? Ja. Gleich ein paar Minuten. Es ist 18 Uhr. Und das ist so voll, ich sag's euch. Richtig voll, gell? Wahnsinn. Und zum Teil auch sehr leer. Also ich... Hab das Gefühl, jetzt kommen die Ostersachen zum... Zum Vorschein bestimmt. Die nächsten paar Tage. Ja, weil... Weihnachten ist alles ausverkauft. Alles weg. Ja, krieg ich auch einen Schluck, bevor ich... Ich will... Ich muss auch schon wissen, aber gar nicht. Ich muss so aufs Klo. Schmeckt mir so gut, diese Kirsche. Cooler Ciro Kirsche. Ja, Kirsche. Also wir haben nicht viel gekauft. Wir haben Leihwand gekauft. Was haben wir noch gekauft? Ein paar Farben. Dann haben wir Panzerglas für Leonie Sandy geholt. Persil habe ich geholt. Und so eine Kleinigkeit. 22 Euro habe ich jetzt bezahlt. Ja. So. Jetzt müssen wir zum nächsten Geschäft. Ähm, genau. Da fehlen mir noch ein paar Sachen. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Halte euch auch jetzt hier nicht auf. Ich freue mich natürlich über die Däumchen nach oben. Kommentiert fleißig. Vielen Dank für die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja. Ich wünsche euch Gesundheit. Alltags Liebe. Und habt noch einen schönen Mittwoch. Und bis morgen. Bis zum neuen Video. Danke.